hallo ihr lieben es geht weiter mit teil 2 von meinen kiss nägeln die ich aufgetragen habe die künstlichen fängernägel ich bin jetzt an tag 10 möchte einen anderen lack auftragen den habe ich jetzt schon ein paar tage drauf in dem ersten video hatte ich ja einen anderen nagellack drauf das ist jetzt das zweite design heute möchte ich wieder den nagellack entfernen und was anderes drauf lackieren so jetzt habe ich eben gesehen dass dieser nagel sich hier schon so ein ganz bisschen löst ich muss mal gucken ich werde gleich mal den nagellack abmachen dass ich vielleicht besser durch gucken kann wo sich das noch gelöst hat dann versuche ich den mal ganz abzumachen ich werde erst mal meine nägel ablackieren also den nagellack entfernen den einen nagel der sich hier so löst den weil ich mit euch zusammen einfach mal ablackieren nur um zu gucken ob ich vielleicht irgendwie was sehen kann durch den nagel die sind ja nicht ganz so blickdichte kann man so ein bisschen durch gucken ja jetzt kann ich auch schon sehen dass er hier so ein bisschen eingerissen ist so ein bisschen gebrochen habe ich jetzt wahrscheinlich eben selbst gemacht oder das war vorher schon unter dem nagellack so also den nagel werde ich abmachen ja der löst sich auch schon hier sieht man wie die luft so drunter geht gut dann werde ich jetzt erst mal meine ganzen anderen nägel ablackieren und dann duschen und schön haare waschen damit das alles ein bisschen einweicht und aufweicht und vielleicht fliegt er ja schon in der dusche ab gucke ich mal und dann geht es weiter so jetzt habe ich die nägel ablackiert und alle anderen sind noch bombenfest also da passiert nichts da wackelt nichts da hat sich nichts gelöst das ist nur diese eine hier den möchte ich aber jetzt vor dem duschen entfernen ich habe mir das jetzt spontan anders überlegt ich wollte erst duschen aber ich denke mal wenn ich habe was schon so dann sind meine haare darunter und das schockt glaube ich nicht wenn ich die haare immer zwischen hängen darum werde ich mal versuchen mit der nagelfeile ganz vorsichtig unter diesen künstlichen nagel zu gehen zwischen meinem eigenen nagel und dem künstlichen nagel und dann sieht man ja auch dass das so ein bisschen luft rankommt also hat sich der schon gelöst es ist nur noch hier unten befestigt ich wieder mit der nagelfeile so ein bisschen hin und wackelt so ganz vorsichtig also ich hebe jetzt nicht ganz ganz doll ich mache das wirklich ganz vorsichtig mit öl kann man den kleber nicht lösen deswegen brauche ich jetzt gar nicht irgendwie öl darauf machen oder so und meine beiden nagellack entferner sind beide ohne aceton darum muss ich jetzt die nagefeile benutzen um den nagel zu lösen aber das ging doch ganz gut das hat doch gut funktioniert gesundheit mein hund hat gerade genießt so der nagel sieht doch ganz gut aus ich hole mal das licht weiter an jetzt bin ich am überlegen ob ich mir überhaupt wieder einen neuen nagel drauf geben soll ich werde mal ein bisschen den kleber anrauen hier ist noch so ein bisschen kleber ein bisschen anrauen und mein nagel einfach so ein bisschen in form feilen dann hole ich mir gleich eine andere nagelfeile ich habe jetzt gedacht wenn der abfällt den schmeiß ich mal weg gebe ich mir einen neuen drauf aber ich glaube ich werde den so lassen ich werde keinen kunstnagel mehr drauf kleben ich wollte ja noch einmal nägel drauf kleben und meine eigenen nägel wachsen lassen das mache ich jetzt auch damit die weder so sind wie vorher ich habe sie ganz 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 kurz geschnitten dann nehme ich eine 1234 steht drauf also idioten sicher ich nehme jetzt erstmal die nummer eins die ist ein bisschen rauer von kiss habe ich bei rossmann gekauft wird der 1 werde ich jetzt ein bisschen den kleber entfernen die klebereste so viel ist es gar nicht draußen ist gerade jemand also mein nachbar am rasen mähen aber ich habe alle fans dazu ich hoffe ihr hört das nicht die ganze zeit so brummen und ich habe schluck auf so jetzt hüpfe ich unter die dusche waschen wir die haare mal gucken wir uns den spaß noch mal an so sieht mein nagel jetzt aus nach dem duschen und allerdings einen tag später also ich habe gestern gar nichts mehr gemacht ich habe es einfach so gelassen heute also gestern abend habe ich noch mal ein bisschen nagelöl drauf gegeben und habe ihn so eine nacht sich erholen lassen aber ich finde der sieht so ganz gut aus ist jetzt nicht irgendwie ja brüchig oder so dass recht stabil also können meine nägel diese kunstnägel beziehungsweise den kleber gut vertragen aber ich möchte jetzt kein nagel mehr aufgeben kein künstlichen ich werde den einfach so lackieren wie die anderen nägel auch aber mehr oder weniger ist da mal drei schichten also ich werde erst dieses hier benutzen repair and care von essence das ist so ein base coat danach halt dann den nagellock das ist ein peachy today und dann noch mal ein top coat drauf gloss and roll auch von essence und danach noch mal ein bisschen nagelöl für die nagelhaut das mache ich jetzt mal schnell das mache ich jetzt mal ein bisschen und wieder ist mein kleiner ventilator ganz praktisch damit trockne ich immer den nagellack brauche ich nicht pusten oder warten hat sich also gelohnt das kleine süße ding zu kaufen ist trocken so Vielen Dank. Vielen Dank. So, das war jetzt, der letzte Step war jetzt einmal das Nagelöl. Ja, ich finde, kann man so lassen. Mein eigener Nagel ist natürlich jetzt noch ein bisschen kürzer als dieser Plastiknagel. Aber so ist das in Ordnung. Die anderen sind noch bombenfest, also da kann ich dran ziehen und rütteln und so. Also die sind noch richtig, richtig fest. Die würden, ja, das letzte Mal, als ich die künstlichen Nägel drauf hatte, ist an Tag 13 ein Nagel abgefallen und dann habe ich sie alle abgemacht. Aber diese Nägel hier jetzt, ja, das fühle mich jetzt nicht mit, bis jetzt an Tag 14, 15 oder 16 einer abfällt. Ich wollte ja mitfilmen und gucken, wie lange sie halten. Und wenn ich jetzt ganz genau bin, also ist ja an Tag 10 schon einer abgefallen, beziehungsweise an Tag 10 hat sich einer gelöst. Da habe ich gar nicht richtig lockiert, sehe ich gerade, nicht so schlimm. Also wäre der spätestens an Tag 11 abgefallen. Ich raue meine eigenen Nägel und die Kunstnägel vorher auch nicht an, bevor ich sie aufklebe. Dann halten sie länger. Haben viele von euch kommentiert, stimmt auch. Aber ich wollte meine eigenen Nägel nicht anrauen. Und ich war zu faul, die künstliche anzurauen. Und also, wenn man die ein bisschen länger haben möchte, also die Haltbarkeit etwas verlängern möchte, sollte man auch beide Nägel anrauen und auf beiden Seiten Kleber machen. Aber ich möchte meine Nägel nicht anrauen. Und ich wollte auch nicht auf den Kunstnagel und auf meinem eigenen Nagel Kleber machen, weil da ist mir dann zu viel Kleber drauf und dann quillt noch mehr an den Seiten raus. Warum mache ich das so? Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwann mal wieder Kunstnägel anbringen werde. Jetzt lasse ich erstmal alle, ja, der, der abfällt, kommt ab. Wenn sich jetzt einer löst, werde ich ihn wieder so abmachen. So wie ich das bei dem gemacht habe. Und dann gucke ich mal, wie lang mein eigener Nagel ist. Dann kommt da der gleiche Lack drauf wie auf den Kunstnägeln. Meistens wechsle ich den Lack alle fünf Tage. Und dann lasse ich meine eigenen Nägel mal wieder wachsen. So, das war's ihr Süßen. Ich hoffe, das war hilfreich oder ihr habt vielleicht noch ein paar Tipps für mich. Wer weiß, vielleicht habe ich mal wieder Bock, welche aufzukleben. Ich habe auch noch genug in der Schublade. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss ihr Lieben. Tschüss ihr Lieben. Tschüss. 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 Tschüss.